Ich habe im Laufe der Zeit immer wieder den Philosophen Nagarjuna erwähnt, den ich euch heute vorstellen möchte und ihr habt es euch auch gewünscht. Nagarjuna hat in Asien in etwa den Stellenwert, den, sagen wir, René Descartes oder Kant in der europäischen Philosophie haben. Er ist ein absolutes Schwergewicht der Weltphilosophie, aber die westliche Philosophie hat von seinem umfassenden Werk bisher kaum Kenntnis genommen. Vielleicht ist mein Video jetzt für die eine oder den anderen von euch ein Anlass, sich selber mit Nagarjuna zu beschäftigen. Und der Entwicklung der Philosophie damit einen neuen Dreh zu geben. Über historische Details des Lebens von Nagarjuna ist erstaunlich wenig bekannt, außer dass er im zweiten Jahrhundert nach Christus bis ins Dritte hinein lebte. Er scheint aus einer südindischen Brahmanenfamilie zu stammen und seit seiner Jugend über ein außerordentliches Gedächtnis verfügt zu haben. Als buddhistischer Mönch führte er, so ähnlich wie Sokrates, viele Streitgespräche mit den unterschiedlichsten Gelehrten. Interessant dabei ist, dass er sich auch im nordwestlichen Teil Indiens aufhielt. Warum interessant? Nachdem Alexander der Große das gesamte damalige Perserreich erobert hatte, erweiterte er sein Herrschaftsgebiet im Indienfeldzug von 326 v. Chr. auf das für die Griechen sagenumwobene Land Indien, das damals in etwa begann, wo Persien endete und damit den Osten Afghanistans, Pakistans und das heutige Indien mitumfasste. Vielleicht wisst ihr, dass die ersten Buddha-Statuen, die es überhaupt gibt, aus Stein sind und aus der antiken Region Gandaha in der Nähe des heutigen Peshawar stammen. Sie sahen aus wie griechische Statuen mit Toga und griechischem Lockenkopf. Fest steht, dass die griechische Kultur durch die Feldzüge Alexanders Indien erreichte und damit ein früher Kontakt zur griechischen Philosophie bestand. Nagarjuna scheint sich insbesondere mit den Lehren der Skeptiker, aber auch mit dem Werk von Aristoteles auseinandergesetzt zu haben. Und Aristoteles war ja einer der Lehrer von Alexander dem Großen. Es gibt zwei Traditionslinien, die zu Nagarjuna führen. Eine religiös-spirituelle und eine philosophische. Zunächst zu religiös-spirituellen. Wie manche der großen christlichen Theologen, also zum Beispiel Augustinus oder Thomas von Aquin, steht auch Nagarjuna zunächst in einer religiösen Linie der indischen Nachfolger Buddhas, über die jahrhundertelang die authentische Traditionslinie der Lehre weitergegeben wurde. Der Beiname Buddha hat ja zunächst keine religiöse Bedeutung, sondern bedeutet schlicht, der Erwachte. Und nun ging es nach Buddhas Tod darum, diese existenzielle Erfahrung des Erwachens, die Buddha selbst, also der historische Gautama Siddhartha Buddha gemacht hatte, authentisch weiterzugeben. Auf den historischen Gautama Siddhartha Buddha folgten insgesamt 28 weitere sogenannte indische Patriarchen. Der letzte von ihnen, Bodhidharma, begab sich der Sage zufolge nach China, um dort das Shaolin-Kloster zu gründen und den Buddhismus nach China zu bringen. Bis heute ist nicht in allen Details klar, wie groß der jeweilige Anteil historischer Wahrheit über das Leben der Patriarchen und die Geschichte dieser authentischen Weitergabe der Lehre ist. Fest steht, dass mit Bodhidharma die indische Traditionslinie abbricht und die chinesische Tradition beginnt, von der aus dann weitere Traditionen nach Tibet, später nach Japan, Korea, Vietnam und so weiter abzweigen. Sie alle haben jedoch die 28 indischen Patriarchen gemeinsam. Nagarjuna ist in dieser Traditionslinie der 14. indische Patriarch und zumindest, was die philosophische Wirkung angeht, der berühmteste unter Buddhas Nachfolgern. Seine Rolle in der Entwicklung der asiatischen Philosophie ist kaum zu überschätzen, trotz der dominierenden, ja bis heute in die Gegenwart reichenden Bedeutung von Konfuzius, Laozi und Zhuangzi in China. Wichtig ist festzuhalten, dass das, was Nagarjuna an philosophischen Theorien entwickelte, weit über theologisches Denken oder buddhistische Dogmatik im engeren Sinne hinausgeht. Und das gilt insbesondere für seine Lehre von der Mitte, die Lehre von der Leere und dem abhängigen Entstehen aller Dinge, sowie für den logischen Katuskoti, auch Tetralemma genannt. Die beeindruckende Logik Nagarjunas wurde im Westen kaum zur Kenntnis genommen. Auf die Logik gehe ich bald in einem anderen Video ein, zumal das für viele den schwersten Teil seiner Philosophie darstellt. Welche Aspekte der Philosophie, vielleicht auch aus Asien, soll ich demnächst behandeln? Schreibt es gern in die Kommentare. Zunächst zu Nagarjunas berühmt gewordener Lehre von der Mitte, Lehre mit H geschrieben. Die Autorschaft Nagarjunas für dieses ursprünglich in Sanskrit verfasste, gleichnamige Lehrgedicht gilt als gesichert. Dieser im Original Mula Matyama Kakarika Sutra genannte Text besteht aus 27 Kapiteln mit 450 Versen und gehört zu den großen philosophischen Klassikern der Weltliteratur. Er wurde sehr bald ins Tibetische übersetzt und in einer chinesischen Version kommentiert, die heute meist als Textgrundlage herangezogen wird. Wen das jetzt irritiert, der Grund dafür ist, dass der Sanskrit-Text nur als Zitat in Sanskrit-Kommentaren zu finden ist, während die chinesische Übersetzung den reinen Text wiedergibt. Das hier ist die in meinen Augen beste Übersetzung von Die Lehre von der Mitte. Sie stammt von Lutz' Geldsetzer und hat einen hervorragenden Kommentarteil, ohne dem einem viel entgehen würde. Geldsetzer, der 2019 verstarb, forschte an der Universität Düsseldorf als Professor für Philosophie und leitete dort die Forschungsabteilung für Wissenschaftstheorie. Die Lehre von der Mitte hat unter anderem damit zu tun, dass Nagarjuna einen Ausweg aus dem widersprüchlichen Philosophien seiner Zeit suchte. Und dabei wurde er zum Gründer der sogenannten Matyamika-Schule. Übersetzt aus dem Sanskrit bedeutet das Zwischenstufen-Schule. Diese Denkrichtung ist die vermutlich wichtigste philosophische Theorie des Mahayana-Buddhismus. Der Name mittlerer Weg leitet sich aus dem Umstand ab, dass Nagarjuna eine mittlere Position zwischen dem Realismus der sogenannten Savara-Stivada-Schule, der Lehre, dass alles wirklich ist, und dem Idealismus der Yogakara- oder Nur-Geist-Schule formulierte. Es ist immer noch erstaunlich, dass lange vor unserer eigenen westlichen 2500 Jahre anhaltende Diskussion zwischen Materialisten, Realisten, Idealisten und Relativisten eine solche mittlere Position bereits im indischen Denken ausformuliert war und damit eine weitaus längere Geschichte hatte als im Abendland. In der westlichen Tradition existiert eine Realismus-, Idealismus- und Konstruktivismus- kritisch verbindende Denkrechtung im Grunde erst seit einem knappen Jahrzehnt unter dem Begriff neuer Realismus. Nagarjuna jedenfalls knüpfte bereits an eine alte Diskussion an, die es schon in den Yogatexten gab. So wie es gute Einwände gegen einen strengen, materialistischen Determinismus gibt, Einwände, die interessanterweise heute eher zu als abgenommen haben, gibt es natürlich auch Einwände gegen eine idealistische Position. In Indien wurde deshalb bereits sehr früh auf die Lehre der Mannigfaltigkeit der Ausdrucksformen verwiesen. Danach kann eine Aussage, die einer anderen wahren Aussage widerspricht, zunächst dennoch wahr sein, nämlich unter Berücksichtigung einer bestimmten Perspektive, etwa der Perspektive derjenigen Personen, die diese Aussage macht, während sie sich aus einer anderen Perspektive als falsch erweisen kann. Das klingt vielleicht ein bisschen wie billiger Relativismus, ist es aber nicht. Was damit gemeint ist, lässt sich vielleicht durch ein seltsames Erlebnis erklären, das ich mal hatte. Ich befand mich ziemlich in der Mitte des Erdgeschosses und habe aus dem einen Fenster zur Küche raus gesehen, Richtung Straße und habe gesehen, dass es auf der Straße vor dem Haus regnete, während es, wenn man in die Richtung nach hinten, Richtung Garten schaute, dort nicht regnete. Also die Wolke hat sich buchstäblich über dem Haus geteilt oder wie auch immer. Ich hatte also eine Person, oder war als eine Person, zwei einander widersprechende Perspektiven. Es regnet, es regnet nicht. Je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, ist die Aussage, es regnet, ebenso wahr wie die, es regnet nicht. Die Wirklichkeit lässt sich also nicht durch einen einzigen Aspekt oder eine einzige Perspektive alleine ausdrücken, sondern kann angemessen nur durch Nennung mehrerer Aspekte oder unterschiedlicher Perspektiven verbalisiert werden. Entsprechend ergibt sich eine Haltung des Sowohl-als-auch, die viele natürlich für falsch halten, weil sie glauben, die Wirklichkeit könne nur so oder so sein und müsste letztlich binär und digital ausgedrückt werden, ja oder nein. Das ist vermutlich schlicht falsch. Zumindest widerspricht Nagarjuna dieser Ansicht mit seiner Philosophie des mittleren Weges vehement. Vielleicht lässt sich Nagarjunas weiterer Zugang zur Wirklichkeit so zusammenfassen, dass er ähnlich wie Heraklit oder Hegel weniger an der Bestimmung des Seins klebt, sondern das Werden und damit die Unterschiedlichkeit des Seins zu verstehen versucht. Da hat es geregnet, da hat es nicht geregnet. Wie erklärt man beispielsweise, dass alle Erscheinungen immer wieder anders sind und sich alles, wirklich alles, was es gibt, verändert? Wenn nicht innerhalb von Sekunden, so doch von Jahren, Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Wie ist es andererseits möglich, dass man von sich selbst als einem kontinuierlichen Ich spricht, obwohl es im Kindesalter völlig anders aussieht als im hohen Alter? Also macht mal den Vergleich, seht ihr den Spiegel und dann schaut 20 Jahre danach rein. Es scheint also im Werden trotzdem so eine Art Einheit oder Identität zu geben. Die westliche Tradition stellt sich vereinfacht gesagt das, was kontinuierlich ist, als Sein vor. Und dieses Sein wiederum als eine irgendwie feste, manchen Philosophen zufolge sogar ewige Substanz, die irgendwie über die Zeiten hinweg unveränderlich bleibt. Genau dem widerspricht Nagarjuna, der dabei sogar explizit auf die aristotelische Analyse der vier Ursachen Bezug nimmt. Aristoteles hatte vier solcher Ursachen identifiziert und man kann das vielleicht am Beispiel des Baus eines Hauses klar machen. Nach Aristoteles sind die Materialursache oder Causa Materialis für das Haus all die Stoffe, aus denen das Haus besteht, zum Beispiel Beton, Glas, Stahl und so weiter. Davon unterschieden ist die Formursache oder Causa Formalis. Gemeint ist damit die Strukturform, die bestimmt, worin das Sein einer Sache besteht und wie es aussieht. Ich lade ja nicht einfach Beton und Stahl ab, sondern ich gebe der Materie, dem Stoff, dann eine Form, die dann die Ursache für die Entstehung eines Hauses in genau dieser Gestalt, in dieser Form ist. Drittens, nach Aristoteles, die Wirk- oder Bewegungsursache, auch Causa Effizienz genannt, der Anlass für die Entstehung von etwas. Ich habe das Geld, ich habe das Material, also baue ich. Und schließlich gibt es viertens die Ziel- oder Zweckursache, beziehungsweise Causa Finalis. Das ist das Ziel oder der Zweck, um dessen Willen etwas geschieht. Also ich will ein Haus bauen, zum Beispiel, weil ich es vermieten will. Es kann also etwas, das noch in der Zukunft liegt, nämlich die Vorstellung, dass es in zwei Jahren fertig ist und ich es dann vermieten kann, heute schon Ursache für die Entstehung dieses Hauses sein. Nagarjuna geht mit seiner Analyse von Veränderung und Kontinuität aber in eine andere Richtung. Mit immer neuen Argumenten weist er nach, dass alle Dinge einschließlich der subjektiven Realitäten, also unseres Bewusstseins, nicht aus sich selbst heraus entstehen, sondern sich immer einer Vielzahl von Ursachen verdanken. Ein unabhängiges Bewusstsein an sich, ein Ding an sich, ein Selbst an sich, hat man genannt, das wie in der indischen Philosophie dann mit dem göttlichen Selbst, Brahman, verschmelzen könnte, all das gibt es für Nagarjuna nicht. Vielmehr entstehen alle Phänomene in oder aus ihrem Zusammenhang mit anderen. Wenn etwas existiert, muss seine Gegebenheit in diesem Zusammenhang von allem anderen sein, erforscht werden. Diese Lehre wurde bekannt als Lehre von der wechselseitigen Abhängigkeit aller Dinge im Sanskrit, Pratitya Samutpada. Ob man nun die Einsicht in die Vergänglichkeit aller Dinge und ihre wechselseitige Abhängigkeit beziehungsweise ihr wechselseitiges Entstehen historisch auf Buddha selbst zurückführt oder nicht, spielt in diesem Fall keine Rolle. Wichtig ist philosophisch hier das Argument. Und das scheint mir extrem gut zu sein. Bewusstsein wie Dinge, aber auch Wahrnehmung, Gefühle, kurz alles, was existiert, existiert immer nur in einem Zusammenhang wechselseitiger Entstehung, nicht aber aus sich selbst heraus. Dass etwas ist oder wird, ist das jeweilige Resultat wechselseitiger Beeinflussungen und komplexer Verbindungen, die sich auch wieder lösen können. Der Dalai Lama, ein herausragender Kenner und Interpret unter anderem der Schriften von Nagarjuna, beschreibt diesen Sachverhalt, wie ich finde, sehr anschaulich so. Die Existenz eines Tisches hängt von seinen Bestandteilen ab. Daher bezeichnen wir die Ansammlung der Bestandteile als die Grundlage, auf der der Tisch aufgebaut wird. Wenn wir mittels logischer Untersuchungen diesen Tisch finden wollen, der unserem Geist so erscheint, als ob er unabhängig existiert, dann müssen wir ihn unter diesen seinen Bestandteilen suchen, also den Beinen, der Tischplatte und so weiter. Aber keines dieser Bestandteile des Tisches ist ja ein solcher Tisch. Daher werden diese Dinge, die kein Tisch sind, in Abhängigkeit von Gedanken zu einem Tisch. Der Tisch existiert nicht aus sich selbst heraus. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist ein Tisch etwas, das in Abhängigkeit entsteht oder existiert. Er hängt von bestimmten Bedingungen ab, er hängt von seinen Bestandteilen ab und er hängt von Gedanken ab. Das sind die drei Modi des Entstehens in Abhängigkeit. Von diesen dreien ist der Gedanke, der ein Objekt benennt, der wichtigste Faktor. Die Existenz in Abhängigkeit von begrifflichem Denken ist diese tiefste Bedeutung des Entstehens in Abhängigkeit. Soweit die Erklärung des Dalai Lama. Und damit kommen wir zu Nagarjunas Lehre von der Lehre, mit zwei E geschrieben. Als Ergebnis der bisherigen Überlegung lässt sich ja festhalten, dass Dinge, dass Erscheinungen, aber auch ihre Wahrnehmung, unser Bewusstsein und somit alles, was überhaupt irgendwie existiert, nur deshalb existiert, weil es in einem Netzwerk wechselseitiger Beziehungen und Abhängigkeiten eingebunden ist. Deshalb haben die Dinge in sich selbst keinen Bestand. Sie existieren zwar, haben aber keine Substanz. Sie sind leer. Leerheit bedeutet also nicht in einem typisch nihilistischen Missverständnis, dass Dinge oder Empfindungen überhaupt nicht existieren würden. Falsch. Das zu behaupten ist schlicht falsch. Oder wenn man stur weiter darauf besteht, dass die Dinge nicht existieren, langfristig ein Grund für die Einweisung in die geschlossene Abteilung. Abgesehen davon, dass es selbst dann, wenn nichts existiert, es ja schließlich jemanden geben muss, der behauptet, dass nichts existiert. Leerheit oder im Sanskrit Shunyata ist also nichts anderes als eine Kurzform für Pratitya Samudpada, also die Lehre von der wechselseitigen Entstehung. Aus all dem ergibt sich aber auch eine lebenspraktisch bedeutsame Einsicht. Es bringt nämlich nichts, weder im Denken noch im Handeln noch im Fühlen, kurz im Leben überhaupt, an Substanzen zu hängen, als seien die in sich ewig. Besser ist es, sich von Fixiertheiten aller Art zu lösen. Ein Bewusstsein für die abhängige Entstehung oder Leerheit aller Dinge hilft dabei. Es führt darüber hinaus in einem zweiten Schritt nicht nur zur analytischen Auflösung von Fixierungen, die ja in die Irre und zu falschen Schlüssen führen, sondern auch, und das finde ich sehr interessant, zur Überwindung von Grenzen. Sind doch alle Dinge und Lebewesen miteinander verbunden, wenn sie leer und folglich nicht zwei sind. Sie entstehen ja in wechselseitiger Abhängigkeit. Der Relativierung des Selbst, also dass das Selbst nicht aus sich selbst heraus existiert, entspricht daher die empathische Erschließung des Anderen und umgekehrt. Ich und der Andere sind nicht zwei. Aus der Illusion jedoch, dass man eine eigene Substanz, ein eigenes von allen anderen getrenntes Wesen sei, entsteht Feindschaft, die aber auf einer Illusion beruht. Insofern kann die Erkenntnis von Leerheit zur Grundlage einer mitfühlenden Verbundenheit allen Lebens werden. Erkenntnistheoretisch ebenso wie existenziell kennzeichnet Nagarjunas Lehre, diesmal mit H geschrieben, eine zweifache Wahrheit. Der eine Aspekt der Wahrheit besteht darin, dass die Dinge eine klare Form haben und durchaus existieren. Die stehen vor uns. Wir können sie sehen. Diese Form gilt es zu beschreiben und auch wissenschaftlich zu erfassen. Allerdings ist es ein Fehler zu glauben, sie wären deswegen tatsächlich fest voneinander unabhängig und hätten in sich selber Bestand. Der andere Aspekt der Wahrheit ist nämlich daher, dass sie nicht unabhängig voneinander existieren können und folglich leer sind. Sie haben keine eigene Substanz. Ihre Form, ihre spezielle individuelle Gestalt des Daseins ist also nichts anderes als eine sehr spezielle Form ihrer Zusammengesetztheit, die in sich substanzlos und leer ist. Umgekehrt ist die Leere selbst weder eine eigene Art von Substanz, eine eigene Qualität oder irgendwie ein Ding für sich selbst, aber auch nicht etwas, das nicht existent ist. Nämlich all das, was in Wahrheit leer ist, existiert ja in Wahrheit zugleich auch in einer jeweiligen, genau bestimmten Form und Gestalt. Und genau das ist der Kernsatz des Mahayana-Buddhismus, der im berühmten Schlüsseltext des Prajnaparamita oder Herzsutras so formuliert wird. Form ist wirklich Leere, Leere wirklich Form. Und damit ist zugleich auch das Kernstück der Philosophie von Nagarjuna ausgedrückt. Die Leere von der Mitte als Leere von der Leere. Um die Wirklichkeit zu verstehen, muss ich sie einerseits in all ihren Erscheinungen, Aspekten verstehen, andererseits aber auch in ihrer Leerheit, statt sie einseitig nur aus der einen oder der anderen Perspektive aufzufassen und damit an Illusionen haften zu bleiben. Eine dieser Illusionen ist die sehr naheliegende, scheinbar unabweisliche Substanzhaftigkeit der Dinge. Wie Nagarjuna zeigte, entspricht diese jedoch nicht der wahren Beschreibung der Wirklichkeit. Man könnte an dieser Stelle natürlich auf moderne Theorien wie die Quantenmechanik eingehen, zu der Nagarjuna gewisse Parallelen aufweist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video mit dem bekannten Quantenphysiker Carlo Rovelli, mit dem ich ja über Nagarjuna gesprochen habe. Das Video findet ihr hier. An dieser Stelle reicht der Hinweis auf den nicht aufzulösenden Zusammenhang von Form und Leere. Und damit schulde ich euch jetzt noch die Erklärung der, wie ich finde, aufregenden Logik Nagarjunas, ein zweites Video über den sogenannten Katuskoti, auch Tetralemma genannt. Und tschüss! Aber schulde ich auch. Untertitelung des ZDF, 2020